Aber es ist natürlich so, dass Milliarden von Menschen sich auch nicht nur für das interessiert, was da jetzt gerade vor der Kamera abläuft, sondern vor allem für das, was hinter den Kulissen passiert. Für den ganzen Klatsch und Tratsch. Und wir haben ja gesagt, den wird es hier auch geben. Den muss es hier geben, weil der spielt eine wichtige, wichtige, wichtige Rolle. Harry und Meghan, seit dem Mexit wird es eigentlich nicht ruhig. Alle paar Monate, fast schon alle paar Wochen kommt der nächste Skandal, die nächste Enthüllung. Eine Doku, ein Buch, ein Podcast, was auch immer. Jedes Mal wieder ein dicker, dicker, fetter Angriff auf das Königshaus. Frau Nick, Sie kennen sich ja mit Dramen in Adelshäusern auch aus. Sie haben einen Sohn mit Heinrich Prinz von Hannover. Können Sie diesen Wunsch nach Freiheit von Harry und Meghan verstehen? Also ich glaube, dass meine persönliche Situation da schwer vergleichbar ist. Die Engländer haben eine Eigenschaft auch in der Monarchie, die man in Deutschland schwer versteht. Der Engländer als solche vereint Understatement mit Exzentrik und ist sehr stoisch. Und diese Eigenschaften, auch sich selbst zu erniedrigen, das merkt man noch am Humor, die sind hier nicht sehr verbreitet, werden aber in England hochgeschätzt. Und genauso wie Prinz Charles ein Exzentriker ist, ist es auch Harry. Und dieses Drama des Verlustes seiner Mutter hat natürlich die gesamte Thronfolge, die gesamte Geschichte des Königshauses nachhaltig geprägt. Er ist ja jemand, der das aufs Bitterste spüren musste, wurde alleingelassen. Und es ist ganz klar, glaube ich, für seine persönliche Entwicklung, dass er sich davon befreien will. Man muss sich mal vor Augen halten, dass dieser Junge, sag ich mal, heute dastehen muss und die Frau akzeptieren soll, die seine Mutter im Grunde genommen das Leben gekostet hat. Da muss man fragen, ist das ein Happy End oder ist das eine Tragödie? Damit hat es ja wirklich alles, was Drama beinfaltet. Das ist eine spannende Frage. Wir reden auch über die Windsors und die Frauen. Diana, Camilla, gleich nochmal ausführlich. Das ist Andrew Lloyd Webber, sieht man gerade in der Kirche. Andrew Lloyd Webber, der ja die Hymne geschrieben hat für diese Krönungszeremonie, die heute uraufgeführt wird. Er hat einen Akkord mal vorgespielt und mehr aber auch nicht. Heute feiert die Krönungshymne von Andrew Lloyd Webber Premiere. Das war ein großer Wunsch von König Charles, der sich alle zwölf Lieder, die dort heute gespielt werden, selbst ausgesucht haben. Lass uns nochmal auf den Punkt eingehen, den Frau Nick gerade gesagt hat. Charles und Harry Exzentriker. Würdest du das unterschreiben? Also, wenn Desiree etwas sagt, möchte ich grundsätzlich nicht widersprechen. Außer wenn es Spaß macht. Und in dem Fall stimme ich dir eigentlich weitgehend zu. Wobei das eine, wo ich anderer Meinung bin, ist, dass Camilla quasi mitschuld ist am Tod von Diana. Ich glaube schon, dass Harry Probleme hat mit Camilla. Aber ich finde, das führt ein bisschen weit in dem Fall. Wie siehst du das, Tanja? Das Wort Schuld möchte ich nicht fallen lassen. Aber es ist ganz klar, dass er etwas, eine Person zu akzeptieren hat, in einer Rolle, die eigentlich für seine Mutter vorgesehen gewesen ist. Das Interessante an dem Punkt ist, Camilla stellt ja in der britischen Erbfolge und Thronfolge, in der Blutlinie, nur eine Brücke dar. Denn die Krone wird ja dann wieder an William und an Prinz George weitergereicht. Das heißt, die Blutlinie, die ja dieses royale Haus verkörpert, wird von Camilla ja nur unterbrochen. Aber sie ist nicht in der Blutlinie. Und du wirst es wissen, das ist ja in aristokratischen Verhältnissen. Tanja hat hier gerade immer so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Das ganz Entscheidende ist das, ja. Na, ich sehe es ganz anders. Also ich glaube, dass, natürlich, das ist ganz schlimm, der Tod der Mutter, ganz, ganz schlimm. Aber William hat das gleiche Schicksal. Und William hat es trotzdem hinbekommen, ein Leben sich aufzubauen. Und natürlich vermisst auch Prinz William seine Mutter, das ist ganz klar. Und die Brüder waren ja sehr, sehr eng. Und auch Harry hat Camilla ja gemocht. Die haben sich ja verstanden. Die haben sich angenähert. Die haben das, was früher war, beseitigt. Da gibt es ja auch ganz viele Interviews. Und es gab auch ganz viele Fotos und Szenen in den letzten Jahren, wo man gesehen hat, wie eng auch Prinz Harry mit seinem Vater und mit der neuen Frau ist, mit Camilla. Ich glaube, in dem Moment, als Meghan in diese Szene eingetreten ist, in diese Familie eingetreten ist, und Meghan hat ganz genau gemerkt und gespürt, welchen Punkt kann sie triggern. Und das ist genau eben Diana. Und immer wieder und immer und immer wieder wird dieses Thema, der Verlust der Mutter jetzt plötzlich aufs Tablett geholt von Prinz Harry, was er früher ja nie gemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach der einzige Punkt in seinem Leben. Und das merken wir ja auch seit vielen Monaten. Er hat ja nichts Eigenes geschaffen, Prinz Harry. Also sowohl er als auch Meghan berufen sich immer wieder auf Diana. Und ich glaube, irgendwann muss man auch mal die Möglichkeit haben, als erwachsener, junger Mann, ein neues Leben aufzubauen. Und wie gesagt, William hat es ja auch geschafft, mit dem Tod der Mutter einigermaßen klarzukommen. Habe ich was Interessantes zu entgegnen, dass ja auch im Schatten der Queen Prinzessin Margaret ein Leben lang um ihre Rolle gerungen hat. Sie haben eben angeführt William, klar, aber seine Rolle ist ja auch durch Erbfolge vorgegeben. Das heißt, sein Schicksal ist in dem Moment, wo er geboren wurde, eigentlich bestimmt gewesen. Und ich glaube, dass im Schatten, also wie er ja auch das Buch nannte, Spare, genau wie Prinzessin Margaret, dass es unglaublich schwer ist, immer in der Kulisse, ist natürlich auch übertrieben, aber derjenige zu sein, der zurücktreten muss. Und ich denke, aus dieser Gesamtsituation hat sich für ihn er anfangs erzogen auch, dass er diskret ist. Und durch die Begegnung mit der Meghan, da kam das Showbusiness in sein Leben. Und sie hat gesehen, was für Möglichkeiten der Vermarktung da bestehen. Und ich denke, dadurch hat das alles seinen Lauf genommen.